1 Beschwert euch nicht über Destiny, sonst verlieren wir die Runde. Schau mal wie geil ich auch schau. Schau mal wie ich geil aussau. Ja, weiß ich nicht. Warte. Oh, oh. Oh, oh. Oh nein. Zwetschke. Leute, Zwetschke. Wer ist Zwetschke? Auch ein sehr bekannter YouTuber. Ach man. Ich kenn den. Du kennst ja jeden. Das ist so wie JetTunderlord, die sind genauso wie JetTunderlord. Da müsst ihr aufpassen. Da müsst ihr euch echt aufpassen. Hackengas geben. Ihr müsst euch echt euch anstrengen. Die rechts. Die schwitzen. Die schwitzen. Achtung von hinten, von hinten, von hinten, von hinten. Der ist runtergefallen. Und ich hab ihn. Ich hab ihn einfach runtergeworfen. Wollst du die Sperre nach vorne? Pass auf. Ja, 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 ja. Die sollen da kommen. Die sollen da kommen. Wo, Weiräuter sind sie? Ja, die sollen da rauskommen. Einer Fall rausbrust. Ich hab ihn instant. Alter, ich hab eigentlich noch kein Leben mehr. Ich bin trotzdem nur am Leben, so. Pass auf. Achtung, ich brauche Hilfe. Ich brauche Hilfe. Ich brauche Hilfe. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Ah, fuck, Alter. Achtung, hier, zwei, hier, zwei, 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 zwei. Warte, 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 warte. Warte, mach' da, warte, warte Alte. Warte, warte. Du d televisieren und fährlich will ich nach unten rein und einen Glöden am fliehen. Da kommt's auf. Oh, und er hat hier ne Waffe. Oh, jetzt geschenkt, ey. Doch. Aber das kann auch malистisch weiter rauskommen. wir kommen jetzt auch das bot ist so geil man ich bin nicht da alter ich würde lieber raus gehen leute ich raus 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 das macht keinen sinn da drin der holt sich schwer der achtung also ich kann nicht mehr weg ja jetzt holen sie auch lass sie hier kommen ich brauche sie da kommen achtung, achtung, achtung ja von hinten was ey ich werde am anderen ende der map gespawnt alter was soll das du musst da lange jetzt schaffen jungs ja headshot 30 sek der tot kommt für uns alle ja das sind solche makellos schwäzer aber dieser zwischke der ähm der ist auf twitch unterwegs der ähm der durchzieht andere der zieht andere das macht er immer da ich weiß dass ich ich hab dem immer öfters auch zugeguckt bei twitch und so der ist schon nicht ohne ja hilfe leute leute oh ja alles ist klar warte mal warte mal warte mal oh der eine war versauen ne vorsicht noch fünf leben noch fünf leben hm 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 ja 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 das ist so lächerlich das ist so lächerlich das ist so lächerlich das ist so lächerlich ja weg damit proxy wo gehst du hin komm zurück alter bist ja ganz alleine vorne geh zurück 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 wir bleiben hier hinten so lange am besten die haben nur noch einen leben oder haben wir nur noch einen leben wir bleiben hier die haben nur noch einen leben mann ey das ist zu dritt ey ganz ehrlich nein soll er doch der Gegner hat keine leben mehr der ja passt auf ey die haben noch kein leben mehr die haben keine leben mehr so warte ich hab jetzt schwerer ich bin hier irgendwo am arsch der welt alter eine minute alter von allen seiten alter gangbang party was soll ich jetzt machen zusammen bleiben zusammen bleiben zusammen bleiben zusammen bleiben von hinten glaube ich aber auch ne hinter euch hinten leute hinten ja greck ist weg boxy vorsicht wow warum warum bekommen wir jetzt gleich wieder zu schwitzer ja keine ahnung das ist halt destiny logik das ist wie letzte woche weise zweite runde oder so haben wir direkt ich verstehe aber auch nicht ne ne warum wo gehst du hin bleib hier ey da ist wetschke da sind alle ich verstehe auch nicht warum solche youtuber scheiß twitter äh dings bekommt achtung rein 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 weg macht doch keinen lächerlich nach 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 ja du bist doch jetzt versprechen also was sind das für eine waffe ja so wird eine mir war das so klar dass die waffe so einen vordergrund hatten weil die so schnell schießt das ist ein toten ohr wird es ist ein revolver schießt so schnell das teil alter schiebt und ich kann ich stecke sich die ganze zeit auf den kopf von der seite golden scheiße gegen die die ganze davon vergessen will ich noch mal irgendwie setzen ist ja das erste runde gewesen oder ich habe irgendwie bock auf marke los ich suche ernsthaftes neid mal da müsstest du echt mal rein schreien ist gleich ihr seid sowas von schwitzern ja was fordert eine granate ja die brennen aber ja das gibt es doch gar nicht ja du bist alleine vorne ja ich weiß ich wollte ein bisschen von der seite ein bisschen klären erinnert sich ein krieg ich habe kein leben ja passt auf ja ich bin weg alter vorst du bist mit uriel aus der distanz und trifft so krasse achtung der kommt rein der kommt rein achtung eine kommt also muss man nicht alter von bin ich will ja ganz ehrlich ungerät geschenkt dass es die stärke ist ich habe gemessen hat alter wurfmesser kopf was ich konnte mich schneller tötet ja komm mal eben so stark ganz ehrlich ich habe doch im stückchen ein HSB ich bin gelungen lade fach wischerten kkw bm wach ok ja Du musst auf Schmack-Siegel installieren, aber vorher weißt du die Hände nicht mehr fertig. Ja, mach ich ja auch damit. Hat man ja gesehen schon, einfach so in die Ecke, hallo, hallo, nicht hinweg. Alter, der Sieg, die Miederlage da unten packen. Ja, schon. Aber das juckt nicht, Mann. Ja, aber dann bringt es nichts mehr ran. Ist doch egal, Mann. Ganz ehrlich. Hauptsache, man kriegt die Münzen und alles. Hey, waren wir ja. Wir waren drin. Ich komm trotzdem rein. Man muss nicht mehr mit dem Schwert hauen. Nee, musst du noch nicht mehr. Ich hack die Dame einfach. Ja, ich auch. Hey, wo sind die? Wo sind die denn? Die sind hinten wahrscheinlich. Ja, die gammeln hinten. Hey, hier, 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 Leute, Leute. Schnell fahren, komm zurück. Ich nehme Schroß, hinter. Ach du, ja. Achtung, Granate. Und damit bist du nun vollständig. Oh, die sind da alle. Die sind da hinten alle. Die sind da hinten alle. Die sind da hinten links. Ja, den einen habe ich. Einer kommt da. Obwohl ich will. Nein, du, ich hab ihn. Ne, du, ich hab ihn. Nein, du, ich hab ihn. Doch, da war noch. Er hat mir auch den kill. Er hat mir auch den kill. Er hat auch den kill. Doch, das gibt es. Oh, echt. Ja, Sky. Jetzt klaut Sky mir den kill. Dankeschön. Warte, warte. Ist mir die Schwere noch. Vernextet. Aber echt, ey. Habe ich die Schwere noch vernextet? Oder nicht, ja? Nein. Wo läufst du schon wieder hin, Proxy? Erklär die Lage. Ich bin hier dran. Du läufst uns hinterher, wollte zu sagen. Ganz ganz hinten. Ich wusste es. Ich gucke, dass keiner guckt. Ey, der mein Proxy, mein kill ich glaube. Die brennen, ne? Leute, ich hab hier. Ich hab hier. Ich hab hier. Ich hab hier den besten Spot. Schau mal, da kann man ganz hinten durchschauen. Ganz hinten. Schau mal her. Schau mal, wo ich stehe. Hier kann man ganz hinten durchschauen. Ja. Nikos regelt. Wir brauchen doch kein Leben. Nikos ist da. Ich regel hier. Guck mal, Alter. Den nächsten hab ich geholt schon. Ich muss nicht abfacken werden. Ich hoffe dann. Von hinten an. Von hinten an. Wie geil, Alter. Wie geil, Alter. Kann man. Alter, was hat das so viel Kraft, Mann. Was los, Alter? Die sind hier drinnen, ne? Drinnen. Hab einen. Ja. Leute, 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 Leute. Einmal sie. Hab ihn. Äh, gut. Jawoll. Du wegen der 9000. Du wegen der 9000. Durch mich. Durch mich. Durch mich habt ihr die bekommen. Durch mich habt ihr die bekommen. Durch mich. Ich hab jetzt. 35. Alter, wie ich die jetzt einfach rasiert hab. Ich hab die alle weggerasiert. Spaß. Ich hab auch 22. Sorry. Oh, am Spiel verlassen. Geil. Wie geil, Alter. Hab ich die. Ich glaub, das hat einfach. Es hat einfach zu sehr gesessen, wie ich die rasiert hab zum letzten Runde. Ich glaub, das hat zu sehr gesessen, Alter. Die haben einfach gewusst. Die haben keine Chance. Alter, das weiß ich. Ist das schon vorbei bei denen, oder was? Ich hab keine Ahnung. Er hat mich gerade erst wirklich geschrieben. Ich bin jetzt. Ich bin jetzt. Durch das Zeug. Ich hab's dir gesendet. Das sieht zwar eigentlich ganz simpel aus, aber sieht irgendwie auch nice aus. Was denn? Ey, die haben ja bloß Fahrlust gemacht. Ja, wenn die das geschafft haben. Alter, ist das bei dir nicht, ey? Wer's nicht meins. Das hab ich bei Instagramer gefunden. Ja, Peter lustig. Scheiße, jetzt hab ich die Gegner nicht angeschaut, Mann. Was ist das denn? Oh. Oh Gott. Ja, ein einziger, der Marco los hat sich einmal. Das heißt nix. Scheiße. Das heißt nix. Ich hab trotzdem Angst. Ich hab trotzdem Angst. Alter, was macht ihr? Komm. Hä, wo kommen die denn? Die kommen gar nicht. Ja, doch, doch, doch. Die kommen hier vorne. Ach, ja. Hat ja viel gebracht, was die da gemacht haben. Na ja, das Schild hat viel gebracht. Was da los, Leute? Das ist mein Ernst. Dumm, ey. Tja. Der Sterber. Ich bin schützig. Bist du nun falsch. Hm? Was? Der ist nicht gestorben, Alter. Der ist nicht gestorben. Der ist nicht gestorben. Der ist nicht gestorben. Hä? Fick dich. Dieser Krümmel. Dieser Krümmel. Ich hab... Leute, Leute. Leute, Leute. Help me. Ich verstehe das nicht, Alter. Ich hab den... Alter, er stirbt einfach nicht. Schwarzi. Schwarzi, Alter. Schwarzi. Ich verstehe. Ich hab diesen Krümmel mit der Shotgun angewichst. Getroffen. Der ist nicht gestorben. Ich bin ja durchgeruscht. Warum wichst du den an? Ja, keine Ahnung. Aber der ist nicht gestorben. Einfach. Hä? Waren wir nicht vorher da, wo die jetzt sind? Auf der Position irgendwie? Pass auf. Der ist fast down. Nein. Nein. Der ist noch auf. Der ist noch auf. Der ist noch auf. Leute, ich hab hier einen Rift. Jo, Alter. Die machen... Jeder weg. Jeder weg. Jeder weg. Das macht keinen Sinn, was du da machst. Das macht keinen Sinn. Der hat Rift drinnen. Der hat Rift drinnen. So geht's auch natürlich. Aber der... Proxy. Proxy, komm mal her. Ich hab hier Rift. Hinter uns. Hinter uns. Hinter uns. Der wird zerschweren. Der wird zerschweren. Der wird zerschweren. Proxy. Warum sagt ihr nichts mehr? Keine Ahnung. Ich fand, ist er nicht da. Irgendwie. Das schaffst du. Bring es zu Ende. Warum redest du nicht? Hä? Nein. 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 Ja, aber vorher. Ja, ich weiß. Was machst du denn jetzt? Jetzt was machst du denn, der Chilter in der Ecke, Mann? Ja, Mann! Die ist rausgegangen. Ja, die ist rausgegangen. Ja, sie hat verlassen. Ja, die ist rausgegangen. Ja, die ist rausgegangen, gell? Ja, die ist rausgegangen, gell? Okay. Easy, easy win, man. Nein. Ankläger. Ankläger. Oh, ich hab unbarmherzig. Ist die geil? Das Ende. Ist die unbarmherzig geil? Ich würd die erst aufsammeln. Bis zum Schluss. Was? Ist umbarmherzig geil? Naja. Oder es kann dich zerstören. Das ist doch die Empfehlung. Ich hab die Schultern bekommen. Ich hab das Ende zum zweiten. Ich will den Scheiß aus.